Das ist Mila mit ihrem Galaxy Smartphone. Fotos und Videos machen, Lieblingsserien gucken, spielen, Musik streamen, mit ihrem Freund Ben videochatten, kaum etwas, was sie nicht damit machen würde. Ein Leben ohne ihr Galaxy? Unvorstellbar. So fiebert sie förmlich dem Termin entgegen, an dem das neue Modell vorgestellt wird. Wie es wohl aussehen wird? Welche neuen spannenden Funktionen kommen dazu? All das möchte sie so schnell wie möglich zu einem Teil ihres Alltags machen, am besten direkt am Tag des Erscheinens. Deshalb hat Mila sich jetzt für eine Teilnahme am Upgrade-Programm Samsung Up entschieden. Wie der Name andeutet, bleibt sie hierbei stets up to date. Sie bekommt jedes Jahr das neueste Modell ihrer Galaxy-Serie, muss sich keine Gedanken über die Entsorgung des alten Modells machen und bezahlt ganz bequem in monatlichen Raten. Und wie geht das? Um an dem Upgrade-Programm teilzunehmen, konfiguriert sie im Samsung Online-Shop ihr Wunschmodell und wählt hierbei die Option Upgrade aus. Zusätzlich entscheidet sie sich für die Versicherung Samsung Care Plus, die auch bei selbstverursachten Schäden greift, wie zum Beispiel Displaybruch. Sicher ist sicher. Eine Kleinigkeit trennt Mila jetzt noch von ihrem neuen Smartphone. Damit sie am Upgrade-Programm teilnehmen kann, schließt sie eine Finanzierung ab. So kann sie bequem über monatliche Raten zahlen. Dafür gibt sie ihre Daten ein und bestätigt danach ihre Identität. Das kann sie über ein Post-Ident oder Online-Ident-Verfahren machen. Mila hat sich für Online-Ident entschieden, weil's einfach und schnell geht. Super. Fertig. Sobald die Finanzierung bestätigt wurde, schickt Samsung Mila ihr neues Smartphone. Nachdem etwa ein Jahr später der Nachfolger vorgestellt wurde, erhält sie von Samsung die Nachricht, dass sie upgraden kann. Super praktisch. Jetzt meldet sich Mila einfach mit ihrem Samsung-Account in der Samsung Upgrade-Lounge an, schließt einen Anschlussfinanzierungsvertrag ab und bestellt das neue Modell. Schon kurz darauf erhält sie ihr neues Smartphone mit der Post. All ihre persönlichen Daten und Inhalte überträgt sie nun komfortabel mit der kostenlosen App SmartSwitch von ihrem alten auf das neue Smartphone. Zack. Fertig. Ihr Altgerät schickt sie dann an einen spezialisierten Partner von Samsung. Der kümmert sich um die Ablösung der ersten Finanzierung. Außerdem löscht er die gespeicherten Daten, die sich vielleicht noch auf dem Smartphone befinden. Und klar, für eine nachhaltige Aufbereitung des zurückgeschickten Smartphones sorgt er auch. Und Mila, die kann ganz entspannt ihr neues Smartphone genießen und muss sich um nichts kümmern. Samsung Up. Jedes Jahr das aktuelle Modell deiner Serie.